Hi. Na? Es geht. Pokémon? Yeah. Zoulingmarasmarachal. Also bei der Insel ist es ein Doppelkampf. Ich guck erstmal bei dem unteren. Ja, ich auch. Ja, hab ich auch gesehen und dachte mir erstmal so, ja, na, später. Später. Da ist auf jeden Fall ein Mädchen. Okay, das Mädchen verprügel ich. Ich möchte das Mädchen auch gern verprügeln. Mit meinem Glückskeks. Das klingt so gut. Ich verprügel das Mädchen mit meiner Brezel und ich mit meinem Glückskeks. Ja, das ist doch schön. Was hat dieses Mädel denn? Das Mädel hat auf jeden Fall ein Quartel. Ja, toll. Ja. Ich bin irgendwie immer, kennt ihr das, die Situation? Man denkt so, das Pokémon lasse ich jetzt kämpfen, das brauchen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Kampf beginnt, Hard-Contact gegen dein Pokémon. Ja. Du dann so instant genervt. Es wollte eh nur Schutzschild einsetzen und so war alles gut. Weißt du was? Ich muss schon wieder Kapaloris benutzen. Ey, das Level ist... Also ich muss immer Dingens benutzen, Lusher King, der nur noch drei Surfer hat. Die müsste ich langsam mal wieder auffüllen. Die Sache ist, ich habe jetzt nur noch vier Pokémon, die ich verwenden kann, weil Ninjas benutze ich ja nicht. Ja, stimmt. Also ich habe jetzt zwei Pflanzen-Pokémon, ein Wasser und ein Geist. Das ist sehr effektiv. Hallo Kapaloris. Übrigens, das kriegt mein... Meine Wii U downloadet gerade etwas. Wenn ich sehe, gerade das Gamepad ist nicht am Strom angeschlossen, weil ich scheinbar den Stecker rausgezogen habe. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wie hoch ist nochmal die Rückschreckschance von Erstauner? Zehn Prozent? Keine Ahnung, bei Erstauner. Bei den meisten Attacken sind es 20 bis 30, oder? Kann auch sein. Auf jeden Fall wurde ich von Erstauner zurückgeschreckt, von dem Kapaloris. Wobei das auch wieder mit komischen Attacken ankommt. Heuler und Erstauner. Hä? Wie bei dem Tengu-Lis, das andere Pokémon ist übrigens Meditalis. Mit Meditalis? Oh Gott. Dann macht er aus Naturkraft Spukball. Das tat ein bisschen mehr weh. Das ist sehr effektiv. Gegen was hast du draus gelacht? Laschet gegen. Ja, okay. Aber es hat mir trotzdem nur 40 Kapi abgezogen, weil ich glaube, der Angriff von Kapaloris ist nicht so gut. Ja, es geht. Kapaloris ist eigentlich relativ außerglichen da. Aber der Spezielle ist besser, ja. Ich überlege, ob ich jetzt einfach Zwürfenst. Zwürfenst wäre geil. Zwürfenst wäre... Oh, Zwürfenst wäre mal ein richtig episches Pokémon. Das wäre auch für mich so ein Goal, mal den Zwürfenst zu haben in so einer Nazolog. Dann fängt er mit Gedanken gut an. Wobei Speziell ist okay, weil Speziell wäre nur Psychokinese und das ist resistent. Und da kann ich gleichzeitig auch noch mit meiner guten Spezialverteilung abfangen. Genau. Wusstest du eigentlich, dass Nazolog von Nasslocke kommt? Weil du eine nasse Locke dabei hast. Genau, weil der Finder hatte damals eine nasse Locke. Der hat geschwitzt bei jedem Part. Wieso bleibe ich drin, obwohl ich doch gerade schon von dir erfahren habe, dass das Ding Spukball macht? Weil du eine Herausforderung mochtest? Ich meine, gut, ich habe trotzdem jetzt gewonnen, aber... Ja, ich auch. Das war irgendwie... Ich brauche jetzt erstmal eine Yonago... Weil ich habe doch auch sicher immer noch einen Äther. Das ist der Weg. Ich habe schon meine Yonago-Beeren oft benutzt. Ich habe keinen Äther mehr. Ich glaube, ich habe meinen Äther... Ich hatte einen Äther, aber ich habe es verkauft. Warum? Ich mich nach jedem Kampf erstmal wieder hochheile komplett. Ja. Kenn ich. So, Yonago-Beere... Das Glück habe ich da. Dafür habe ich ja den Supertränke. Genau dafür. Ja. Habe ich auch noch ein paar. Ah, jetzt komme ich gerade auf der anderen Seite vom Doppelkampf raus. Ja, ich sehe es auch gerade. Okay, ich versuche es nochmal mit Kapitänics und Reitschu. Ich glaube, ich mache wieder Rex und Yon. So, jetzt komme ich nach oben. So, jetzt finde ich aber ganz schön, dass man hier sich nicht so wirklich verlaufen kann, weil irgendwie alle Wege zu sehen. Alle Wege führen zum Ziel, oder wie war es? Alle Wege führen nach oben. Oh, und ich muss schon wieder... Zobiris und Lunarstein. Ja. Wer hat da ganz schön blitzt? Schon wieder rauswechseln. Das ist halbwegs okay, aber so ein Spukball von Zobiris dürfte mir, glaube ich, auch ziemlich wehtun. Ich muss vor allen Dingen schon wieder auf... Ich muss wieder auf Kapalorus wechseln. Ich muss immer auf Kapalorus wechseln. Ja, Kapalorus ist meine Antwort auf alles hier. Oh yes, danke Rex. Zobiris weggekrittet. Das heißt, ich kriege diese Runde nur einen Angriff ab. Sehr gut. Absurd. Und dann steif, pass auf, jetzt kommt es Karte. Vom Finale. Was? Nein. Könnte ja sein. Oh, Lichtschild. Oh, wie geil. Nicht. Ich glaube, Kapalorus wurde verwirrt. Das ist die Frage. Wobei, und die Attacken sind ja speziell. Und der spezielle Angriff von Absurd ist, glaube ich, nicht so der Beste. Weißt du, was ich mache? Ich bleib drin und mach genau das Gleiche nochmal. Ich heil die Verwirrung jetzt. Da hab ich gar keinen Bock drauf direkt. Danke. Du hast einen Stein weg. Giffen, Verbrennung, Frost. Ähm, Persienbeere. Achso, die ist weiter unten, okay. Ich dachte schon. Ah, und Sonnfl hatte er auch noch. So. Was kommt ab? Absol setzt Seah ein. Na dann. Es ist ja nicht so, als hättest du eine sehr effektive Unlichtattacke gegen meinen Laschet King einsetzen können. Aber gut, mach den Seah. Schau mal, was du davon hast. Weil der Spezielle Angriff ist auch nicht so gut wie der physische. Von Absol? Ja. Das finde ich auch gut so. Weil dann mitbringt ihm der Unlichttyp gegen meinen Laschet King nicht so viel. Wenn das Pokémon was ganz außen platziert ist, das Pokémon angreift, was ebenfalls ganz außen platziert ist mit Spukball, fliegt der einfach richtig schnell. Und richtig so über das ganze Feld, ne? Ja. So. Und Kampf geschafft. Der einzige, der Schaden genommen hat, war Rex durch einen einzigen Schlitzer. Ja, der kriegt gerade ganz massiv viel Schadung. Dake wird auch gleich Level 47 erreichen. Hat Jan zwar es sich auch schon. Weil ich hier dauernd dieses Pokémon brauche. Ich brauche halt Wasser. Wasser ist einfach richtig gut hier, habe ich das Gefühl. Ja. Das habe ich auf jeden Fall bei Melotik und bei Laschet King bei beiden gemerkt, dass Wasser so unglaublich alles abfängt hier gefühlt. So. Ah, da ist nochmal ein Stärke-Zertrümmerer-Rätsel. Au. Starker Angriff. Aber ich glaube, wir sind danach schon fast draußen. Warum kann eigentlich alles und seine Mutter Spukball hier drin? Entweder durch Naturkraft oder weil sie es wirklich selber können. Weil seine Mutter? Ich weiß es nicht. Ich gucke die ganze Zeit immer nach rechts, weil ich gucke mal, ob das Gamepad lang so lange durchläuft, wie der Download aktiv ist. Zwei Minuten theoretisch noch. Da sehe ich noch ein Item. Da ist noch ein Ast-Trainer. Unten weiter oder? Ja. Weil rechts ist da wieder bei der Insel. Das heißt, da geht es einmal im Kreis. Da kommst du raus, wo wir schon waren. Rätsel. Du schaffst das. Diesmal kann ich dich vielleicht einsetzen. Ja, ich will auch gerne echt mal wieder meinen Kapitel einsetzen. Aber irgendwie. Denied. Noctuska. Ja, das geht. Da kann man mit Rätsel kämpfen. Einfach draufhauen. Ja. Einfach durchbrechen. Zerbersten quasi. Aber dann würde es mir ja wehtun, weil wenn ich das Ding zerbersten lasse, fliegen die ganzen Stacheln raus. Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine. Mentale Zerberstung. Doppelteam. Nein, Pellippa. Als zweites. Was wiederum heißt, ich muss wieder Laschetking einsetzen. Ey. Ist der Wahnsinn. Wir sind am Ende, sehe ich gerade. So ziemlich, ja. Weil wir sind wieder oben. Ich glaube, danach kommt allerhöchstens noch ein Trainer. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich glaube, das ist der Letzte, weil ich kenne diesen Ort. Ich kenne diesen Ort. Du kennst die. Aber wir sind erst bei nicht mal neun Minuten. Ja, dann muss der Part kürzer werden, weil die Liga werden wir definitiv nicht mehr anfangen, Leute. Nicht mit untrainierten Pokémon und mit so wenig Pokémon. Genau. Aber wir können doch einfach einen Schnitt machen und dann weiter aufnehmen. Nein. 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 Wie gesagt, wir trainieren ein bisschen. Wie gesagt, das Level Cap ist 56, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber nicht zu stark. Man hat es ja bei der letzten, bei Pell gesehen, wie wir da trainiert haben. Also mindestens 50. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Level drüber. Mal gucken. Schutzschutz-Spam. Ist doch geil. Double Protect, da will er noch ein Triple? Nein. Immerhin. Hey, der Download ist fertig. Schön. Darfst du denn schon sagen, was du darunter lädst? Nein. 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 So. Gerade die Diskographie von Jan herunter. Ja. Ich habe schöne Diskus gemacht. Das kann der ganze Diskus gemacht. Mein Vorleser ist ein Doppelkampf. Das ist echt noch ein Doppelkampf. Moment. Aber wieso ist da noch ein Item, was wir nicht geholt haben? Was? Wenn du rechts von diesem Trainer guckst, da ist ein Item an der Klippe. Tatsächlich. Das haben wir irgendwie verpasst. Aber das ist auf jeden Fall noch der Doppelkampf. Wie man dem Doppelkampf einfach ganz billig ausweichen kann. Theoretisch. Ah, komm. Komm. Rex und Jan wieder mal. Das ist das Doppelkampf-Duo, was ich hier mal benutze. Ich versuche es jetzt nochmal. Eben muss ich immerhin nur noch ein Pokémon rausschicken. Am Anfang muss ich beide rauswechseln. Dann eins. Vielleicht kann ich jetzt mal Glückskeks und Zeus drin lassen. Gardevoir und Leta King. Fucking geil. Not. Ist natürlich super geil. Ich könnte das Leta King einfach wegbämsen. Aber nicht, wenn da ein Gardevoir steht. Nein. Ich muss also wieder beide rauswechseln. Ja. Ich habe Angst um mein... Ich weiß gar nicht, was ich hier reintun soll. Aber ich habe einen Geist. Der könnte was abfangen. Der kann aber nichts gegen das Leta King machen. Ja, komm. Ich stehe da. Oh Mann, ich würde Kapilz gerne einfach drin lassen. Aber das kann ich nicht machen wie ein Gardevoir. Weißt du, was ich wieder machen muss, Jan? Auf Kapaloris wechseln. Natürlich. Kapaloris, komm. Leta King setzt Donnerblitz ein. Ja, ist geil. Ist klar. Wenn es weiter nichts ist. Okay. Ich versuche es mit Poregon 2 und Kapaloris. Das Leta King muss irgendwie weg. Bitte was? Tust du da? Was, 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 was? Wertewechsel auf Leta King. Von Gardevoir. Nicht wirklich, oder? Doch. Die haben gerade die Fähigkeiten getauscht. Bei mir auch. Erstmal das Leta King verwirren. Okay, voll auf das Leta King. Das Leta King hat übrigens auch Flammenwurf. Yo. Ähm. Was ist das bitte für eine Monster-Kombo, die die da gerade machen? Voll random vor allem. Einfach so ein ganz normaler Trainerkampf irgendwie. Und die haben einfach mal die Monster-Leta King-Kombo, ne? Das hat damals auch jemand im Pokémon Kolosseum gemacht. Aber Leta Kings spezielle Verteidigung ist zu glücklich so gut. Ja, das, da freue ich mich auch gerade riesig drüber. Nein! Was denn? Was ist passiert? Ich habe Schnarchnase kopiert mit Porygon. Nein. Was hast du, jetzt hast du ein Schnarchnase, das Porygon da steht. Das habe ich gar nicht realisiert gerade. Oh, danke Leta King, du hast dich von Verwirrung selbst verletzt. Okay, ich muss aber sagen, Leta King ist nicht so schlimm, weil er halt... Speziell angreift, nur was denn? Gardevoir tauscht gerade den V-Lehder zurück auf Leta King. What? KI at its best. Wobei, das... Hat er bei mir gerade auch gemacht. Das war vielleicht gar nicht so doof, weil Leta King gerade draufgegangen ist und damit hat Gardevoir die Schnarchnase weggegeben. Ja, okay, aber ich bezweifle, dass die KI so weit gedacht hat. Wahrscheinlich nicht. So, Leta King ist tot und ich wechsle Lahn erstmal wieder raus. So, Gardevoir ist auch weg. Leta King und Gardevoir, so, jetzt kommt Zwirr-Club und... Womit willst du mich noch quälen? Eieiei, das war aber schon ein schöner Schockmoment gerade, muss man mal sagen. Ach ja, gut, der andere hat auch einen Leta King, wenn es weiter nichts ist. Äh, Zwirr-Club hat übrigens auch Werte wechselt, glaube ich, als Angriff. Äh... Also kann es haben, potenziell. Äh... Durfte ich nur... Habe ich schon mal äh gesagt? Ich wechsle wieder Reitsch rein. Ey, es ist ätzend. Okay, Rip Reaper, würde ich sagen. Was, wirklich? Okay, doch nicht. Aber... Das Leta King kann Spukball. Okay. Also nicht okay, aber... Also, wenn es auf Leta King gegangen wäre, wäre Leta King mit Sicherheit tot gewesen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Fettes Problem. Und er macht Werte wechsel. Ich muss beide auswechseln. Das... Ich glaube nicht, dass die beiden das überleben sonst. Ähm... Ich versuche jetzt das Zwirr-Club erstmal rauszuhauen, damit ich eins gegen zwei bin. Holy shit, Leute. Was ist das denn nochmal hier zum Schluss? Ah, was mache ich denn da? Moment, ich muss mir kurz mal die Werte anschauen. So wie ist es Gardeburg macht gerade einfach viel zu viel Schä... Schäden. Schäden, ja. Wie viel KP hat er mir abgezogen? 50 KP hat er mir abgezogen. 50 KP bei sehr effektiv. 130. Ah, es ist wieder so die Sache, ne? Wenn er nicht krittet, überlebe ich das. Und könnte ihn eventuell raus... Ich könnte ihn verbrennen. Sache ist, ich kann aber auch nicht auswechseln, weil das Ding allen bösen Schaden macht. Und er hat dann nicht so gute Verteidigung. Ich muss jetzt auch mein erstes Heil-Item benutzen, sonst killt das Gardeburg mich. Ne, die anderen haben bei weitem nicht so eine gute Verteidigung. Weißt du, was interessant ist? Wir sind selten beide in einer schwierigen Lage. Ja. Ich hoffe jetzt, bitte... Der darf nicht das Zwirr-Club heilen. Ich muss drinbleiben. Wahnsinn. Wahnsinn. Was denn? Schutzschild hat das Zwirr-Club auch noch. Ich muss drinbleiben. Ich muss es versuchen. Leta King, hau dich bitte einfach selbst. Nein, er kommt durch. Und? Reaper überlebt das. Überlebt das. Nein! Er hat dich überlebt. Ja. Mit wem war Reaper verbunden? Ich muss mal kurz die Liste rausholen. Moment. Ich glaube, mit Gardevoir war das, ne? Echt? Ja, mit Gardevoir. Oh, Prinzess! Ich muss Rex rausholen. Er ist der einzige, der eventuell schneller sein könnte als Leta King. Ich bin am Arsch gerade, ne? Ich glaube, ich muss Mexican Day hoffen, dass der jetzt überlebt, weil das Problem ist, ich muss das Zwirr-Club besiegen. Meine Pokémon sind alle viel zu fragil. Ich kann ihn in das Gardevoir. Und das Gardevoir reißt mich gerade richtig in Stücke. Ja, auf jeden Fall, weil... Wenn du dann nachher Leta King und das Ding hast. Okay, ich weiß, ich habe Toxin drauf. Ich weiß, dass Gardevoir könnte einfach jetzt gleich meinen Kapalos angreifen und nicht meinen Tod. Aber überlegen wir mal, guck mal. Ich könnte jetzt hier wechseln. Bringt nichts. Auf wen? Auf Kapilz bestimmt nicht. Auf ein halbtotes Reitschuh? Nein. Gar, äh, nicht gar... Gewaltig schneller als Leta King, oder? Ja. Leta King auf 100. Hundertprozentig? Ja. Okay. Ich muss Kaskade auf Zwirr-Club machen. Hoffen, dass ich durchkomme. Nein. Die haben Top-Genesungen. Ja, deswegen... Das ist gerade ein bisschen meine Sorge, tatsächlich. Ja, Double Protect schlägt fehl. Gut. Ich weiß, ich habe noch ein Heil-Item, aber ich muss das echt genau planen. Okay, Zwirr-Club ist tot. Ich bin 2 gegen 1. Das ist schon mal... Oh, danke Rex. Danke, du bist der Beste. Er hat das Leta King fast gewandet durch einen Crit. Oh, danke. Wie? Das Problem ist halt leider... Oh nein, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Was? Er hat mir die Schnarchnase aufgedrückt. Das Problem ist, ich kann Mexican Dake fast gar nicht benutzen, weil es halt toxinisiert. Also ich muss ihn jetzt auswechseln. Ich habe... Hätte ich eine Top-Genesung, wäre das alles kein Problem. Ja. Weißt du, das Problem ist? Was denn? Ich muss jetzt auf Raichu wechseln. Ach, das Zwirr-Club kam nebenbei auch Toxin. Ja, das hat es ja eingesetzt auf mich. Achso, okay, das war... Ich habe irgendwie daran gedacht, dass das Toxin von dir kam und durch Fert zurückgeschmissen... äh, durch Synchro zurückgeschmissen wurde. Ich muss jetzt leider echt so fragen, wer... Welcher Partner ist für dich wichtiger, der von Kapalorus oder Raichu? Da muss ich erst mal gucken, welcher das wäre. Ach, dann machst du jetzt auch noch den Schutzschild, ne? Weil ich muss jetzt einen von beiden... Also ich muss jetzt eigentlich Raichu rauswechseln oder ich lasse Kapalorus jetzt sterben. Ähm, Raichu war Lasho King. Äh, Kapalorus war Gewaldro, ne? Ja. Ich könnte eher noch auf Gewaldro als auf Lasho King verzichten, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ey, das Ding stolt mir gerade echt meine AP aus, ne? Das Problem ist, pass auf, wenn ich jetzt nicht wechsle, ist Dake hundertprozentig tot. Wenn ich wechsle, dann stirbt Zeus nur, nur wenn er angegriffen wird. Achso, Dake, wegen der Vergiftung tot. Ja, das Gift bringt ihn um. Ich hab noch eine Heil-Item, aber... Ich könnte das Gift heilen, aber... Also Leute, auf jeden Fall jetzt wieder bei Christian gucken. Bei mir ist die Action gerade vorbei. Ach, du bist fertig, oder was? Ja, wie gesagt, ich hatte Glück, dass ich die Spezialverdankung von Leta King zwischendurch gesenkt habe. Und dann kamen noch Rex mit nem Krit-Laubklinge. Okay, aber Jan, ich muss echt, ich muss Zeus rein. Ich kann, du kennst mich. Er stirbt hundertprozentig, wenn er drin bleibt. Ja, das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, okay, ich wechsle jetzt auf Zeus und hoffe, dass es nicht angegriffen wird von dem Gardevoir. Sondern wieder das Porygon, weil er irgendwie die ganze Zeit mein Porygon fokust mit dem Ding. Das wär gut. So, die sind leider tot. Und die leider auch. Und tot. Zeus ist tot. Was kam? Natürlich ausgerechnet... Ja, jetzt hat er natürlich... Jetzt, ausnahmsweise, hat er mal nicht das andere Pokémon angegriffen. Also, Reitschuh tot. Ja, Reitschuh Psychokinese abbekommen. Okay, jetzt kann ich aber wieder Dake reinschicken und eventuell das Gardevoir... Wenn ich jetzt Surfer mache, hat es wieder volle Stärke, oder? Wenn es alleine da steht, ja. Porygon 2 ist nicht eine Burken-MVP. Auch hier steht es einfach und macht. Das ist so gut. Das kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung, ja. Das ist die Siegesstraße, ne? Im letzten Part hast du erst Melotik gekostet. Hier hat es jetzt gerade... Also, Melotik und Kameerupt. Hier hat es jetzt gerade Zwirr-Club und Gardevoir. Jetzt ist bei dir noch Reitschuh und Laschuh King. Bitte stirb einfach. Gut, okay. Jetzt ist nur noch Leta King da. Die Sache ist, wenigstens ist jetzt kein Pokémon da, das Wertewechsel auf Leta King machen kann. Ja, und ich wechsle jetzt einfach straight Dake auf Kapilz aus. Oh ja. Da jetzt eine Kampfattacke draufhauen. Dake ist einfach gerade am Rande des Abgrunds. Holy shit. Wieso? Das Toxin hat... Ich habe zwar das Toxin wieder resettet und jetzt sind wir daran... Er hat noch 8 KP. Okay. Er wird... Was wird er machen? Er hat nur Spukball gegen dich gemacht. Ja. Sonst habe ich nichts gesehen. Hau einfach direkt eine Triplette. Wobei, ich weiß nicht. Vielleicht ist ein Siegstrahl stärker, weil die spezielle Verteilung ist der schlechteste Wert von Leta King. Ich meine, beim Siegstrahl. Ich kann ihn dann noch verwirren. Ja. Vielleicht. Spukball, okay. Das ist in Ordnung. Wie viel zieht das ab? Ah, fast die Hälfte auf Glückskeks. Die Sache ist aber jetzt faul, das heißt, du kannst jetzt ordentlich draufhauen. Wehe, du musst jetzt treffen, Glückskeks. Der Himmel hieb. Der Himmel hieb. Schlag ihn gern, Himmel. Ich freund's die Daumen. Die Finger. Und die Daumen. Porregon 2 ist schneller als Kapilz. Das ist traurig. Wobei, ich glaube, ich habe eine Flinklau auf Porregon 2. Ist das verwirrt? Oh mein Gott. Oh. Yes. Und? Und der Himmel hieb trifft und müsste es umbringen, oder? Ja. Okay, gut. Alter, ich hätte mein Heil-Item natürlich noch benutzen können, aber ich hatte eigentlich keine Gelegenheit, das zu tun. Weil, was für eine Plamage, sagt sie. Weil ich hätte keine... Ich hätte es nicht auf Kapper losmachen können, wegen dem Gift. Und jetzt? Nach draußen. Da ist aber niemand mehr, der auf uns wartet, oder? Nein, ich bin gerade rausgegangen, zumindest. Also ich stehe jetzt gerade vor der Tür, weil ich wollte mit dir zusammen Richtung Pokémon-Liga gehen. Gehen wir den Weg, statt zu laufen, wir sind endlich angekommen. Okay. Okay. Mit Kraft-Fullis-City. Macht-Fullis-City. Das war nochmal... Das hat nochmal Opfer erfordert heute. Alter Schwede, Leute. So, direkt erstmal heilen gehen und dann werden wir uns leider von ein paar Mitgliedern verabschieden müssen. Ja. Aber gut gekämpft. Ja. Allesamt. Dieser letzte Kampf war aber wirklich einfach nur holy. Der war echt heftig. Vor allem, also der Wertewechsel. Der kam einfach out of nowhere. Diese Pro-Tactics mit einem Mal, ne? So, dann wollen wir doch mal der Reihe nach durchgehen. Ich darf meine Item sich entfernen, weil mein Beutel voll ist. Warte. Ich hoffe, ich... Da wir irgendwie wieder gegen... Hier, Protein. Ich hoffe gerade, ich kann überhaupt Melotik und wahre sich freilassen, weil Surfer und Kaskade als einziges. Ja. Aber ich bin in einem Pokémon-Center... Weiß nicht. Vielleicht funktioniert das. Ich hoffe es einfach mal. Moment. Nehmen, Krümmlöffel. Ähm... Zeus. Fokuswand, okay. Du darfst beginnen. Okay. Melotik. Triton. Du warst eigentlich erst seit der Siegestraße dabei, also erst seit dem vorletzten Part. Ich hab dich aber unglaublich oft und unglaublich gerne eingesetzt. Hast gut durchgehalten. Man hat sogar schön im Kampf gegen Dode deinen Notschutz gesehen, dass du immer weniger Schaden genommen hast dann nach der Paralyse. Aber es war dieses Typische... Das überlebe ich eigentlich ganz gut. Komm. Ich mach ne Genesung. Allerhöchstens ist ein Krit könnte mich jetzt töten. Ha ha ha. Ha ha ha. Natürlich kam da noch ein bisschen Pech mit dazu, weil ich paralysiert wurde durch die Triplette und dann auch noch zweimal nicht angreifen konnte. Das Dode wäre nach dem ersten Einstrahl sowas von tot gewesen. Das wäre kein Problem gewesen, aber es sollte nicht sein. Vesuv, ich hab kaum was mit dir machen können. Ich glaub, du hättest in der Liga extrem viel gerissen, aber den einen Kampf oder die zwei, die wir hatten, waren geil. Weil Erdbeben. Come on, Earthbreak. Gebt wohl, Vesuv. Auf Wiedersehen. Als nächstes ist Reaper, glaub ich, gestorben. Genau. Reaper. Der Kampf gegen das Leta King. Ich hab einen Spukball abbekommen. Hab gesehen. Okay. Es hat ungefähr die Hälfte gemacht. Im Nachhinein ist mir leider jetzt, ist mir da noch eingefallen. Es hat leider mehr als die Hälfte gemacht, weil er zwischendurch durch die Überreste gehalten hat und das hab ich nicht bedacht. Hm. Und dadurch war es dann natürlich wieder etwas mehr als die Hälfte. Und die Sache war, ich hätte auch nicht wirklich gut auswechseln können, weil egal was ich reingeholt hätte, es hätte so unglaublich viel Schaden genommen. Es war halt eine physische Attacke eines Leta Kings. Ja, und das zweite war gefährlicher als das erste. Ja, und ich muss sagen, Reaper hat die höchste Verteidigung meines Teams und hat durch einen sehr effektiven Spukball die Hälfte verloren. Und ich will nicht wissen, wie viel es den anderen abgezogen hätte bei einem neutralen Schaden, die vielleicht halb so viel haben. Also, ich weiß nicht, wie es aussehen wäre, wenn ich gewechselt hätte, aber es tut mir leid, Reaper. Prinzess! Eins meiner Lieblings-Pokémon der Höhlenregion oder generell sowieso, ist ja kein Geheimnis, denke ich mal. Warst verbunden mit Reaper, hast gute Arbeit geleistet. Also eigentlich hier Prinzess und Kapalorus haben das meiste gemacht in der Siegesstraße, gefühlt. Du hast das Skardewaar von Heiko besiegt. Und da haben wir gesehen, dass du ein besseres Skardewaar bist. Aber für die Liga soll wohl jemand anderes antreten. Obwohl, auf Wiedersehen. Dann mache ich mal weiter, weil das bei mir gestorben ist. Raichu. Ja. Zeus, ja, ich hatte schon, es ist immer, jedes Mal, sagen Jan und ich, Achtung vor fragilen Pokémon, weil sie seltenst überleben. Siehe, die Diktries und Diktar, die wir schon hatten, genauso wie Raichu ist mir, glaube ich, auch zweimal gestorben. Ja, in der Pokémon-Liga ist das Raichu letztes Mal, oder hat Raichu das, nee, Raichu ist doch wieder bei den Perlen in der Pokémon-Liga draufgegangen, wegen dem Crit. Stimmt, genau, weil der Crit war es schuld. Trotzdem, immer gut gekämpft, hattest du deinen einzigen Donnerblitz. Ich wollte dich wirklich öfter einbesetzen, aber das Spiel denied, hat es einfach seltenst zugelassen. Trotzdem, war schön, dich im Team zu haben, Zeus. Ja, und Jan, zwar was ich. Du warst, glaube ich, das genaue Gegenteil, du hast einfach alles ausgehalten. Sei es physisch oder speziell, du hast KP gehabt, du hast die Spezialverteilung gehabt, du warst einfach das Pokémon, was ich immer einsetzen konnte. Du warst quasi der Nachfolger von Ariel, weil Ariel war auch das Pokémon, man kann es einfach immer irgendwo einsetzen, das hat irgendwie geholfen. Lusking war genauso. Einfach reinsetzen, es hält es aus, egal was da kommt. Und du hast genug ausgehalten. Auf Wiedersehen. Ach ja. Nein, es kommt zurück. Ich kann es nicht hier frei lassen. Der Klassiker. Schlimmste Nasalox-Szenen. So, ich habe gerade mal meine Boxen sortiert mit zwei. Das sind Pokémon, die wir potenziell reinnehmen würden. Drei sind die, die wir schon mal im Team hatten. Ich nehme mal kurz einfach Ausdruck im Team. Vielleicht kann ich es jetzt machen? Nein, ich kann es nicht. Wegen Taucher. Ich werde es irgendwann später machen. Aber Leute, hier werfen wir einen Blick auf die Überlebenden der Siegesstraße. Glückskeks, das Kapilz, Lahn, das Porygon 2 und Mexican Dake, das Kapaloris. Ach, bei mir sind es Rexraptor, das Gewaldro, Brezel, das Kapilz und Saiso, das Ninjas, was bisher noch nicht einen einzigen Kampf gemacht hat. Und ich habe echt Angst davor, das überhaupt irgendwo mal einzusetzen. Porygon 2 hat übrigens doch keine Flinkklaue, sehe ich gerade. Also, es ist einfach schneller als Kapilz. Super. Ja, jetzt müssen wir halt uns überlegen, was nehmen wir in der Liga alles mit. Wir haben eine große Anzahl an Pokémon, wobei mittlerweile nicht mehr so eine riesige Anzahl an Pokémon, aber... Also hier, ihr seht, in Box 3 sind die Pokémon, die wir schon alle im Team hätten. Das wären natürlich alles potenzielle Kandidaten. Zweimal toller, toller, lol. Und hier in Box 2, das sind Pokémon, bei denen wir gesagt haben, die nehmen wir vielleicht ins Team. Ja. Also ein bisschen was, wir haben noch was in der Hinterhand, mal gucken. Wir werden uns schon was Schönes einfallen lassen. Aber Leute, wir stellen uns am besten vor die Liga, weil das ist schön zentral. Ja. So. Und beim nächsten Mal beginnt die finale Phase. Der Pokémon Smaragd-Soulink-Challenge. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss.